Und damit Leute, herzlich willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies, Folge 69. Okay, ich lasse das mal Spaß beiseite und so. Ich werde einfach meine Pflanzen auswählen und mein übliches Ding tun. Ey, tu mal dein Ding, Alter. Nein, nicht missinterpretieren, liebe Freunde. Alles cool, missinterpretieren. Ich laber heute schwer, boah, scheiße. Also, es ist nachts um halb... Okay, gut, es ist acht Minuten nach zwölf, aber trotzdem. Ähm, das ist einfach... Ich weiß nicht. Nachts aufnehmen, äh, resultiert immer in der schlimmsten Verrücktheit der Folgen. Ey, ich hatte jetzt schon wieder ein Thema auf Tasche, weil ich gerade mit einer Freundin hier quatscht habe und da ist nur Scheiße rausgekommen. Wo ich mir so denke, so, ey, das kannst du nicht machen, Alter, das geht nicht. Das kannst du den Leuten nicht berichten, Alter. Die sagen dir, Kai, du hast ne Macke, du Spott, Alter. Also, richtig Hardcore, also richtig Dümmle einfach nur. Heißt, Dümmle einfach nur, ja. Bisschen grinst die Biel. Und Dankeschön für Kleingeld. Ähm, eigentlich sogar halbwegs, ja, irgendwie... Ziemlich vernünftig, aber einfach... In der Summe der Idiotie war es irgendwie doch sehr erschreckend. So, äh, Eispilze, ich muss erstmal wieder die Eismelonen hier wegmachen. Hey, oh, Eispilze. Alter, hallo, eine Eispilze läuft hier an. Das ist nochmal eher so gut wie die ganze Bombe, Alter, ich sag halt euch. So, ich sage, wir nutzen mal die ersten von denen hier. Ich muss ja an, hier, wo ich hier unten inschießen soll, weil nicht so viele sind wieder. Das ist hier da anbeliebe, wie was hier abgeht hier. So, nehmen wir ja weiter mal hier, um auf unser Explosion-Sortiment. So, die sind alle gut dabei, da oben alle abzukratzen. Gut. Finde ich schön. Hier nochmal so weit und da auch nochmal so weit. Gut, wie... Brains. Deine Mutter. Die steht auf, oder? Ja, Brains in Space. Ja, richtig, richtig, richtig gut. So, richtig läuft, ne? Pass mal auf, hier, ich muss aufpassen, hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen, Alter. Oh, jetzt muss ich aufpassen, hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen, Alter. Oh, 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 oh. Alter, wie schnell das scheiß Ding da unten weg war gerade. Das war Rekord, ich zeig euch. Oh, ein Yeti-Zombie, richtig gut, Manni. Das ist bei 59.000, Leute. Toppen wir das noch? Ich glaube, ja. So, jetzt laden die hier schön nach. Guck wieder, ob die meisten nur noch fit sind. Alles cool, alles noch geil. Alles schön, okay. Ich geh hier auch nochmal einen hin und dann... ... geht's los. Du kannst du mir ja nicht klauen, weil du zündig erst mal. Alles cool. So, haben wir das auch schon mal erklärt hier? Bleiben neun Eis, Pilzpflanzen. Weil da kommen nur noch dicke Klumpen, Alter. Und scheiß und stinker. So, und jetzt kommt die große Wave hier, ne? Das ist doch Bescheid. Alter, grüßle, grüßle. Das ganze Klingeln. Alles von dicken Klumpen. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja heavy. 9000, geil. Oh, very good. Das geht doch in die Hose. Die Hand sind zum Bonis, Alter. Wie weit die kommen, ne? Und der Witze ist total übertrieben. So schnell, wie die hier ankommen, kann ich die an die Nachpflanzen. Oder, wo ist wieder, was der ploppt? Wo ist, was der ploppt? Oh, on Flames, schon mal. Dankeschön, doch, schon mal gut. Alter, da oben ist er auch schon wieder am Arsch. Ich muss wieder mal den hier machen und wieder mal den da machen. Alter, wir sind bei 953.000. 953.000. Wie weit geht das noch? Das war total behindert. Das war richtig harte Verschwendung. Ich glaube, hier vorne wird die immer nicht mehr stehen bleiben. Die Stachelpflanze. Irgendwann ist das einfach vorbei. Wir sind übrigens, äh, nicht nur Folge 69, wir sind auch bei Flagge 69, wollte ich mal anmerken. Ja, du kannst da einfach auch mal sein lassen. Danke. Nehmen wir mal noch einen Kürbis. Tatsächlich, eben brauchen wir auch mal einen. Hier, bei den Fake-Kürbissen, eben nehmen wir auch einen, ey. Oh, zeigt nach draußen, der Klick. Sorry, Leute. Oh, unten ist es auch schon wieder am Arsch. Kann ja nicht wahr sein. Ja, du kannst höchstens zwei von den Dingern hier unterhalten, ey. Der Rest musst du echt gucken, wie du das machst. Ich sage euch, du. Leute, wir haben es geschafft. 70 Flaggen sind unser. Gussi. Na, ha, ha, ha. Erstmal aufgehört mit einer Haufen Stachel-Scheiß hier. Könnte auch mal abkratzen gehen. Hallo. Gussi. Ein paar Leben vor allen Dingen immer noch. Okay, die normalen Delfine und keine Buddel-Zombies. Ja, Delfine ist natürlich immer ein bisschen problematisch tatsächlich. Aber auch das ist machbar. So, das wieder ganz neu mitnehmen. Ja, das ist ja, wenn die nur kommen, ist es einfach. Aber die dicken Klumpen und die Zornbonis sind echt mit einem heftigsten, muss ich sagen. So, da-da, 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 da-da und da-da. Ja. Nächste Runde, liebe Freunde. Es geht. Ihr seht auch schon, die Sonne heute schon fixiert. Ja, ich war schnell. Gussi. Der Aide läuft immer noch. Ich glaube, jetzt sind alle tot, oder? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist es vorbei erstmal. Und da springen sie gleich los, die Kackspasten. Ja, genau. Lecker Knusper am Kürbis. Ja, was ist denn so ein Knusper-Kürbis? Das ist ein Knusper-Kürbis am Kopf, Alter. Ja, komm, erst mal den hier machen, ne? Und dann machen wir mal eben den hier und eben mal den hier. Boom. Ja, komm. Die können doch nichts. Die können doch nichts, die dicken Klumpen. Die haben doch nichts drauf. Ja, den zeigen wir, wo der Hammer hängt. Das kann ich euch sagen, ey. Na, gerade ist der ab hier vorne, hä? Den die kratzen nämlich. Grundsatz, die alle ab hier. Ja, genau. Mach die Zwischpro-Scheiß-Sprenger kaputt, bist du? Lass den Rest einfach in Ruhe. Den brauchst du nicht kaputt machen. Guck mal da. Das ist doch was. Wir haben doch die Maiskanonen. Nicht umsonst, die Pflanze hier. Also mal nutzen. Boom und boom. Boom, weee. Oh, das ganze Geld hier. Das ganze Klingel, wenn man da rauskommt, die Klingel, kippt, wieder Kills, Alter. Ist das unnormal. Oh, jetzt muss ich auch aufpassen. Hier die Kürbis auch schon hart an den Fressen. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Oh, Kleinger. Dankeschön. Hey, die kommen hier, Alter, wie die normalen Zombies. Da kommt fast gar kein kleines Zeug mehr. Nur, ob die richtig harten Geschütze sind unterwegs hier. Denn selbst webt hier einfach nur der Bildschirm. Oh, oh. Springteufel sind nicht cool. Alter, wie die abgehen. Alter, wie die abgehen. Ja, nix Zombie-Bruhens, ne. Trolololo. Na, ist alles wunderschön. Können sie mal plauden? Na ja, ne. Wir schaffen die da nicht, oder? Never ever, ey. Never ever, weiß ich dir, ey. So, wir brauchen ein bisschen Mini-Explosion hier. Der ist schon dauernd. Guck mal hier, wenn wir die mal ein bisschen abkürzen, ne. Ja, guck mal, da gab... Oh, die sind synchron gestorben. Guckt euch, die haben... ...dass ich drei Empfehlen machen, oder so. Wutsch, 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 wutsch. Ich hab gerade richtig die Multi-Bombe gehört, Alter. Wie so Multi-Tars gegen technische Fallen sind, Alter. Ich sag halt euch. Das ist so okay. Unten lohnt sich gerade nicht mal. Da ist ja nichts unterwegs. Da kommt da gar kein Böser, Mann. Ja, da bin ich aber ein Tor. Ach, die gucken sich die ganze Kinder an. Die haben Juts und Schatten doppelgegängig eingesetzt, Alter. Guckt euch die Scheiße an. Ihr könnt ja hier vorne mal ein bisschen stacheln, die Pflanzen. Einfach nur das von Lulz und so, ne. Gut, gut. Hier unten mal. Und da oben nochmal. Boom, alle down. Richtig schön, Fuffis. Ich möchte die Fuffis im Club und schreien, Jo, Jo, oder irgendwie so. Ich kenn mich da mit, ja. Jetzt muss der Kollege erfragen. Mh, guf. Das Ding da oben ist eh bald kaputt, Alter. Ich höre nur die dicken Klumpenstern. Die machen nix anderes aus hart kratzen. So, immer schön Eispilz zwingen, wenn du kannst. Und dann lernen, neuen pflanzen. Denn hier erstmal richtig schön. Matsche, Matsche, Matsche. Matsche auf'n Aht und so, ne. Ist da Bescheid. Ja, schmeiß deine Dreckskittis zu, ekelhafter. Guck mal hier. Oh, guck mal hier. Hahaha. Oh, gibt's Geld, Alter. Oh, oh, oh. Ach ja, Leute. Der Lordi hat's ja in die letzten Comments, im letzten Paar der Comments gepostet, ne. Du hast ja nicht an der Stelle, was tut das LP? Du hast ja nicht gedacht. Dass er meinte, wir schaffen das bis 150 und dann werd ich es wirklich so machen. Ich mach nur bis 100. Wenn ich 100 geschafft hab, ist das für mich ein Meilenstein, ein großer Meilenstein. Für mich privat, weil das halt mein höchster One ist. Ich hab den Globek jetzt nur mit 70 schon getoppt. Globek, ich glaube bis 60, irgendwas bin ich gekommen. Damals möchte ich meinen. Wie? Den hat nur so ein Kind im Kürrömer Rücken gehabt. Was war denn das? Der hat nicht mal geschmissen. Was sind das für lame Affen hier? Also sowas. Das muss ich mir jetzt aber nicht achten. Mal hier oben. Die liegt da hingepflanzet. Der war sofort weg. Könnt ihr doch einfach auch mal sein lassen, ne. Ihr könnt ihr doch einfach mal sein lassen, ihr Bullion Manor. Nicht gut? Naja, tschüss. Naja, das meiste ja, du weißt, Kitty, ist das okay? Das ist cool, weißt du bescheid, ne. Was hat denn überhaupt Kindsinn ergeben, was ich gemacht hab hier? Alter. Ist das fett, oder? Aber der hier steht halt. Oh, iiih. Oh, iiih. Aber keine Zombonis immerhin. Das ist ganz gut. Das heißt, meine Stacheln werden nicht allzu sehr beansprucht. So, datte, 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 datte. Dat, dat, dat. Dat, dat, dat. Das ist eigentlich Schwachsinn. Ich könnte auch nen Bombenpilz benutzen, den mal vorne irgendwo hinpflanzen. Aber du kommst eh nie, die Zombies sind so dicht, du kommst eh nie dazu, da mal was zu pflanzen. Ich kann höchstens mal irgendwie sagen, ich mach mal jetzt hierhin hin oder so. Aber das ist auch schon alle, weil ich machen kann. Mehr läuft da nicht. Und dann musst du auch den immer sofort nutzen, so würde der auch fressen. Und den halt nimmt dann die Seite hier oben mit. Und dann mal so. Man kann jetzt so ein bisschen als Ergänzung benutzen, als Sehosenblatt auszuhalten. Wenn der gut aufpasst, geht's eigentlich. Jetzt muss ich auch wieder hinten unten auffassen, das ist auch wieder richtig geil. Aber keine Zombonis ist immer auch ziemlich gut. Ich bin sicher, die sind alle ziemlich langsam hier, alle ziemlich auf Slow Motion ausgelegt. Ja, scheiße, ne? Och, die sind Kinnies, Alter. Ja, die fratzen sich ja richtig einen zurecht. Die haben lecker auf Kürbissuppe Bock und so, ne? Gott sei Dank steht hinten ja unsere Abwehr an Katapult-Scheiß-Schleudern und so. Bisschen abgeräumt und so. Ey, weil die sich da durchfressen, ey. Das ist unglaublich, ohne Witz. Ey, ich bin wirklich bis 100 Schaffens bin ich stolz auf mich selbst. Aber dann ist ein LP wirklich vorbei mit 72 Parts, mit Sicherheit. Schätze mal. Weil mehr will ich denn noch echt nie machen. Das wäre dann einfach auch nur für euch ne Zumutung. Für mich ne Zumutung. Darauf habt ihr nicht ewig Bock, darauf hab ich nicht ewig Bock. Von daher ist das doch völlig in Ordnung so, wenn das, ich sage, das ist immer vorbei einfach. Irgendwann ist das einfach auch halt vorbei, da können wir auch nicht schönreden. Man hat doch auch immer mal ne Genug gesehen, oder? Du kannst das doch einfach mal sein lassen, da oben. Oh, das ist ja 5.000er. Ja, unten auch richtig heftig gerade hier. Hätte ich Sonne, ich wäre jetzt instant leer an Sonne. Ne, oben lohnt grad nicht. Dann hebe ich mir den lieber auf hier. Das ist doch mal gucken, welcher Kürbis braucht ne Erneuerung. Der braucht ne Erneuerung. Und der braucht auch einer. Okay. So, dann haben wir das auch geklärt. Hinten ist nur alt. Easy. Die Buddelzombies sind ziemlich... Na, das schaffen die auch so, oder? So, dann wird das schon so. Ich wollte gerade sagen, ey. Komm mal stopp, dicker Klumpen. So, zack. So, das Erde oben Ding ist leider gut. Ne. Nein, geht das nicht. Sonst kann er hier ne Schindpflanz anbomben. Das ist das unpraktische halt. So, jetzt lass uns die erst mal laufen ein bisschen. Ein bisschen laufen lassen. In Wasser kommt derjenige. Da hinten machen sie jetzt erstmal Party-Action. Da kommen sie aber eh nicht dazu, um sie was zu groß zu machen, oder so. Lalalala. Alter. Jetzt mal die Rinderung, da müsste das auch nicht gewesen sein. Oh, ich höre hier richtig viele Katapulte, Alter. Flop, 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 flop. Machen die richtig schön. Alter Schwede. Mann, Eispilz schien. Ist dann hefty, ey. Du wie, ja, schmeißt du auf, okay, die ist vor allem, jetzt kommen nur normale, ne? Ja, da brauch ich ja gar nicht, wo sie schieten oder so, ne? Komm, hier mal wieder den machen. Kannst du doch mal sein lassen, ne? Untergang. You gotta be doomed. Mal gucken, wie schön die Stacheln aussehen. Die sind alle nur ziemlich fit sogar. Ich muss hier, Alter, echt hinten bei den Kürbislob passen. Hier ne neue. Da ne neue. Ja, läuft. Cookie. Ey, wir sind bald 965.000, Alter. Oh, jetzt kommen die dicken, Alter. Oh, jetzt, jetzt wollen sie es wissen, Alter. Jetzt kommen die richtig dicken Klumpen hier. Oh, der Leiterzombie kriegt erst mal aufs Maul. Boom, richtig in die Sicht. Oh, und er ist nicht nur schon gestorben. Das ist aber bestimmt der... Ich würde sagen, was schlagen die da hin? Die sind Deppen, ey. Diese Deppen möchte ich wetten. Das ist krank, ey. Das ist so krank, ey. Die dicken sind alle down. 74, Leute. 74. 74 fucking Flaggen überlebt. So, was müssen wir noch? Ich glaube, zwei Stück müssen wir noch machen. Und dann haben wir das auch wieder vor uns. Eine Pflanze mehr haben wir heute neu gekriegt. Das läuft eigentlich immer noch ziemlich gut. Aber jetzt kommen dicke Klumpen, Delfine und Buddel und Zombonis. Oh, keine Buddelzombies. Kann trotzdem gefährlich werden. Delfine und Zombonis. Oh, das ist so eine dreckige Kombo. Ich hasse die Kombo. Zombonis sind echt scheiße. Aber ich habe gerade gemerkt, Kinder Zombonis waren eigentlich etwa relativ entspannt. Also Zombonis sind eine große Gefahr für das gesamte Pflanzenreich. Na gut, kommt halt mit Eis, ne? Erstmal richtig schön Winter. Haut rein. So, letzte Runde, Leute. Noch mal 76. Dann sind es jetzt höchstens nur drei Parts, Leute. Werden wir die schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Aktuell sieht es eigentlich echt gut aus. Aber das muss nichts heißen, ne? Dann grünen die Schließern. Das muss ich auch noch mal sein lassen, da oben. Da unten hier noch von, ne? Ne, jetzt kommen die dicken, Alter. Jetzt kommen jetzt schon die dicken, Alter. Das ist gerade mal Anfang der Wave, wirst du? Okay. Und Feuer! Ja, boom! Und boom! Und Diamondon! Diamondon! Very good! Go play! Nein, ich kann da keiner Palapenu mehr hinspflanzen, weil zu gebaut ist. Nein, wie kacke! Nein, wie scheiße! Das ist leicht asozial. Nein! Nein, was ist denn los? Ich kann nichts machen. Oh, ich muss schießen, Alter. Oh, jetzt rennen sie los. Oh, jetzt überrennen sie uns einfach. Oh, oh, jetzt wird es heftig. Ich sehe, komm, Leute. Jetzt geht es ab. Ich kann hier nichts pflanzen. Ich bin das so behindert, ohne Witz. Da oben geht doch mal alle weg. Da, haut doch mal ab hier. Jetzt geht es wieder. Uh. Ich muss mal wieder um unten kümmern. Ich kann nichts pflanzen, ey. Wenn wir den Krater machen, war so eine dämliche Idee, ohne Witz. Schön hier unten aufpassen, ey. Ich muss auf die Kürbis aufpassen. Und die auch gefressen werden. Dann ist vorbei. Then I lost. Meine Hand wird gleich wieder mal, erst mal richtig taug. Wie die durchkommen, einfach. Wie die einfach durchkommen, die Dicken. Ja, haut doch noch ein paar Mal rauf. Ja, boom. Ja, öh. Scheiße, kann ich nicht mehr. Die haben doch ihre Dreckskiddies. Ja, nee, du. Hallo. Aus. Lass uns sein. Wat, die leben immer noch, Alter. Hallo. Ja. Dit. War. Hart. Dit. Richtig. Und da war gerade keiner. Wow. Wat, ne Verschwendung. Oh, i. Wat, ne Verschwendung. Was, ey, gold. Ja, geil, ne? Dit sieht ja mal richtig scheiße aus. Ja, oh mein, hab ich sowas hier. Dann halte ich so ein bisschen mit auf hier. Nein. Dit ist jetzt ganz kacke. Oh, ich glaube, soweit werden wir es nicht schaffen, Leute. Wir kommen nicht bis 100. Hab jetzt so gefühlt. Dit wird ja richtig viel auf immer. Dit war doch eh ne, oder? Dit ist doch von ehem Schlag auf dem nächsten gerade gekommen. Dit sehe ich doch jetzt gerade hier. Ja, tschüss. Komm. Nee, komm, ich glaube, wenn die Dicken die da sind, muss ich das gar nicht erst machen. Erst wenn die Dicken da sind. Erst den Feuern. Oh, meine Hand schlägt gleich ein hier. Die muss durchblutet werden. Komm, du kannst das einfach mal sein lassen. So, langsam kommt das Gefühl in der Hand wieder. Ja, ne, Kai wohl zu viel am Wichsen. Ich sag, nee. Die Ekelhaften. Oh, ja, See-Rosenblatt, genau richtig. Oh, geil. Oh, so wie manch man hier, Alter. Ich glaube, nee, jetzt schaffen wir die, Alter. 100 auf keinen Fall. Ich bin es plötzlich irgendwie zehnmal Hefti-Ei geworden. Ich hätte für so ein bisschen... So, da oben erstmal neu machen. Ganz schnell hier. Ja, aber beim nächsten Mal muss ich immer ja wenigstens eh eine Pflanze mitnehmen. Und zwar den Pupsi-Pilz. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringen soll, aber muss irgendwie, ne. Alter Schwede. Das war heftig. Wollen wir mal schnell einen Kürbis erneuern hier. Hinten irgendwelchen weißen. Hier kommt ein weißer Kürbis immer wieder hin. Aktuell pflanze ich den deswegen einfach mal da hin. Schau mal hier in seinem kleinen Mini-Ersatz hin. Und gleich erstmal Eis ziehen. Zack. Einen froren Kumpel. Ihr habt nicht. Aus. Mach doch mal ab, Alter. Oh Gott. Wir haben die ersten harten Verluste. Er ist bis durchgekommen. Er ist einfach durchgelaufen. Er hat sofort sofort... Du willst zu spaßen, Alter. Ich skippert nicht. Ja, tschüss. Voll kacke, wa? Alter, was die aushalten. Ne Bombe und nen richtig schönen Kolben. Das interessiert die Arne. Die sagen sie einfach so, ah komm, still mal weiter hier. Still mal weiter hier. Machen wir. Wie will dit's is shit? Und so. Richtig asozial. Aber okay, da sind sie dauernd. Alter. Okay. Oh iiii. Oh iiii. Zwei Dicke auf einmal. Und dann die Delfin-Zombies. Okay, aber keine Zombonis. Ja, mir merkt, das ist gar nicht so schwer ohne Zombonis. Zombonis sind unser Feind. Scheiß drauf, die Dicken sind gar nicht so schlimm vielleicht. Komm, ich muss der Überzeugung jetzt einfach mal nachhalten. Und wir machen jetzt einfach mal hier den, den und dann stattdessen mal den hier. Den brauche ich jetzt nämlich. Ehm, mal für da unten. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich so viel bringt da unten, aber ich mach's einfach mal. Ich mach dat mal einfach. Sorry, steh epic, man. Na komm, so. Die erste Lön. Die ersten Viecher, die ankommen, sind gleich erstmal ein ticke Klumpen. Das war doch vorher nicht so. Und gleich ganz ticke Klumpen. Ach, du Scheiße. So. Na, schmeiß mal. Komm, ein bisschen könnte er noch lofen, ne? Bisschen schön aufpassen, dass die Kürbis denn noch fit sind. Also, du, die kratzen alle alle ab, hier. Alter. Alter Verwalter. Sag ich euch nur. Alter Verwalter. Richtig heftig. Hier mal einen Ersatzpilz und, äh, hier mal einen Ersatzpika und so. Hier hinten nochmal einen Ersatzkürbis. Und jetzt erstmal ganz schnell den Eistüpie aktivieren hier. Na, dann schießen wir nochmal ins Blaue. Blau, weil die alle Zombies, alle eingefroren sind. So, die nächste Stiege ist schon da. Das ist gut. Die an kleinen Viechern losschmeißen. Ohne Witz, Alter. Ich glaube, der Setup wird nicht mehr bis 100 halten. Auf keinen Fall. Alter. Das wird auch mal sein. Oh Gott, da unten. Ich muss auf die Kürbis aufpassen. Auf die Delfine. Die sind ganz kacke. Die können echt der Arschlöcker sein. Auf meiner Hand schläft eben mir da eine, die ist leid tot. So, wenn man so verkrampft zockt hier, wenn man so schnell sein will. Da muss man mal aufpassen. Da muss man wieder richtig einen losballern hier, ne? Kleber Kürbis neu verteilen hier. Na, wer braucht heute? Oh, da rum, Alter. Nein, mach den kaputt. Okay, gut. Boah. Heftig, heftig. Oh, ich habe noch nichts zum Nachpflanzen. Der ist aber jetzt down, oder? Komm, der ist doch down. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte ihn gerade schon anmeckern. Geh kaputt. Hier ist noch ein Ersatz. Eispilz. Fake Kürbis. Wo braucht man den gerade? Na, boom. Geil. Updated. Habaga. Die haben wir aber schon gut aufs Maul bekommen gerade. Da werde ich jetzt nur noch einmal nachwurzeln hier unten, ne? Oh, lol. Alter. Wie geht's denn da unten, Alter? Knusper, knusper, knasper, 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 knasper. Alter. Wie der Kürbis gerade auf immer gelitten hat, Alter. Richtig knusper, knasper, 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 ja. Geil, ne? Ja, macht da noch mehr knasper, knasper, ey. Beim knuspern hinterlässt du ein Muster. Okay, das sind alle, wo es normal ist. Die Gis hier, die sind nicht alle easy. Ich muss gerade bis die Normaldecken kommen. Oh, geil. Alter. Nee, lieber da. Hier außen sehen da und so. Mit den kleinen Viechern ist das nicht ganz so schlimm, aber die Delfine sind echt heftig. Tschüss, Jungs. Okay, Leute, damit haben wir jetzt eine Flagge. Ach, wir haben ja schon 78. Ich habe zu weit gezuckt. Der Bart ist zu lang. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Oh, let's the way, Freunde. Können wir das schaffen noch? Ja, komm, jetzt müssen wir jetzt durchhalten. Eine halbe Stunde. Nächstes Mal sind die Parts ja noch für kürzer. Weil, wie gesagt, ich mache es bis Flagge 100. Der Rest ist mir einfach alles über too much und so. Ich lasse den Spielstand einfach offen. Ich lasse den, ich muss den nochmal schön speichern und so. Obwohl, ich habe ja Videosbeweis dann quasi. Das ist ja das Schöne als mit Player. Das ist immer ein Videobeweis für alles. Alter, die kommen nur einfach und trotten sich so langsam durch deine Reihe durch. Die denken sich so. Das geht nicht an, da lassen sich so viel Geld, Alter. Überall kleine 15 Köppe. Tschüss, Jungs. Macht's gut. Oh, der lebt sogar noch. Okay, lebte. Zack. Ja, der Matschkürbis hätte ich da stehen lassen können. Aber ich wollte Symmetrie. So, Leute. Wir haben Flagge 78 geschafft. Das heißt, jetzt nur drei Parts. Nächstes Mal sind es dann nur sechs oder so. Mal sehen. Ansonsten werden wir gucken, wie weit wir kommen. Ich sage dir, danke erstmal, wer. Danke für's Zuschauen hier. Mal gucken, wie viel haben wir hier. Kriegt's hier erstmal. Och, meine Hand ausschütteln, Alter. Jo, so. Gucken, zwei Plätze noch frei. Eine weitere Pflanze, aber ich kriege ja. Wir können noch acht Stück denn gießen hier. Komm, machen wir mal so. Geil. Ja, bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, Sikowski. Und ciao.